Herzlich Willkommen der Brilla Savarange. Unersprechlich, aber ausgesprochen gut. Wisst ihr eigentlich noch am ersten Schultag, wo wir alle hier standen und alle total nervös waren? Und guckt uns jetzt an. Konni, wir kennen uns jetzt schon seit drei Jahren und ich weiß eigentlich gar nicht, wie du auf diese Schule gekommen bist. Erzähl mir das mal. Ja, also ich möchte auf jeden Fall eine Kochausbildung machen, wenn ich mit dem Abitur fertig bin. Und dafür war das mit dem ernährungswissenschaftlichen Hintergrund auf jeden Fall die beste Wahl für mich. So Rieke, wir kennen uns das auch schon lange, aber wie bist du eigentlich hierher gekommen? Also der Schwerpunkt unserer Schule liegt ja auf den Naturwissenschaften und ich möchte nach dem Abitur gerne Medizin studieren. Und dieses dreijährige Abitur ist auch sehr hilfreich, weil man in der Einführungsphase halt super auf die Qualifikationsphase vorbereitet wird. Und warum bist du an dieser Schule, Lukas? Ich bin an dieser Schule wegen vielen Aspekten. Vor allen Dingen, dass es hier kleine Klassen gibt, dass wir irgendwie wie eine kleine Familie sind, hat mich sehr gereizt an der Schule. Man isst keine Nummer, wie irgendwie in vielen Schulen. Die Lehrer kennen einen und vor allen Dingen diese Unterstützung war mir sehr viel wert. Was ganz Besonderes an der Schule ist auch noch, dass jeden Tag in der Mensa frisch gekocht wird und ein sehr hoher Wert auf Lebensmittel gelegt wird, auch mit dem Aspekt der Ernährungswissenschaft. Genau, die Ernährungswissenschaften finde ich nämlich auch super. Das habe ich in oft noch keiner anderen Schule gesehen, dass es das als Unterrichtsfach gibt. Das finde ich super, weil man da Biologie und Chemie so ein bisschen vereint und auch ernährungsbedingte Krankheiten kennenlernt. Wie ernährt man sich richtig? Das ist ein gutes Unterrichtsfach. Conny, Ernährungswissenschaften, ist das eigentlich Kochunterricht oder was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also in der Ernährung gehen wir auch ab und zu während des Unterrichts halt als Ausgleich zum Theoretischen mal in die Küche. Oder auch ab und zu mal so, wenn wir das Thema Kohlenhydrate haben, backen wir auch mal ein Brot. Sag mal, Rieke, was hältst du eigentlich von den Lehrern an unserer Schule? Unser Lehrpersonal ist sehr gut ausgebildet, finde ich. Viele verfügen über mehrere Fachrichtungen. Und wichtig zu erwähnen ist auch, dass der Unterricht nicht nur auf Theorie basiert, sondern wir auch oft vieles praktisch durchführen. In Chemie ist es auch oft so, dass wir zu jedem Thema erste Theorie bearbeiten und dann wirklich auch ein Experiment durchführen, um zu gucken, wie läuft es in der Realität ab. Wie war das mit den ganzen Ausflügen? Wo waren die nochmal genau? Unsere Ausflüge waren noch in Paris, Barcelona und es gingen auch welche nach Südafrika. Und das hat alles super viel Spaß gemacht. Conny, wie sieht es eigentlich aus mit den Fremdsprachen hier an der Schule? Also, ich weiß, wir beide haben Spanisch. Aber Rieke, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Was hast du für eine Franschung? Ich habe Französisch, aber ich weiß, dass ab nächstem Jahr auch Italienisch angeboten wird. Unsere Schule ist auch gut mit Medien ausgestattet. Wir haben Beamer, wir haben Smartboards, wir haben einen schülereigenen Drucker und vor allem haben wir auch mehrere Computerräume. Lukas, was möchtest du eigentlich nach dem Abitur machen? Also, ich möchte Nautikstudien und zur See fahren. Also, ich möchte Kapitän werden und die Welt sehen. Aber geht es überhaupt mit der Fachrichtung Ernährung und Naturwissenschaften? Also, schränkt dich das ein in der Berufswahl? Ja, natürlich kann man das mit der Fachrichtung Ernährungswissenschaften und vor allen Dingen auch Naturwissenschaften, weil wir machen hier ein ganz normales, allgemeines Abitur und du kannst danach studieren, was du möchtest. Und Biologie und Ernährungswissenschaften, das sehen schon viele Betriebe sehr positiv in Bewerbung. Sport spielt bei uns auch eine große Rolle und heute sind zum Beispiel die Tischtennisprüfungen. Okay. Herzlich willkommen in unserer Schule. Nicht mehr zumachen, ich wollte reingehen. Fernand glue. ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!!!!!!!!